So, wir sind jetzt schon mit dem Bus hier auf den Berg gefahren und hat hier mega die coole Aussicht. Und jetzt gehen wir gleich in den Park Güell. Seid ihr so excited? Ja, den suchen wir jetzt noch ein bisschen. Also wir sind so halb drinnen in diesem Park Güell, aber da wo es so reichrächtig reingeht, das wissen wir noch nicht. Ja, weil da ist jetzt du, da kann man nicht weiter, da geht es sonst noch so ein Pfad nach oben. Aber ja, wir schauen jetzt mal, wie Jahre alt bringt uns das Team. Ja, Kolumbien hat das. Ja. 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 Okay, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen den Guide. Wir sehen hier das Haus, das wurde von Gaudi selbst gebaut, von 1901 bis 1903. Es ist ein sehr schlicht gehaltenes Haus, aber durch so ein tolles Gewölbe und durch dieses Mosaik und so, was ganz tolles, ist jetzt im Besitz des historischen Museums Barcelona. Deshalb können wir das leider auch nicht anschauen, da bräuchten wir nochmal extra eintreten. Ah ja, also fahren da im Bus, den man schwer erkennen kann. Wir kommen gerade aus dem Park Güell und fahren jetzt nach Hause, also nach Hause ins Hotel. Und wo wir da unseren Fresh-Zimmer machen können. Und dann gehen wir da zum Stand-Up-Handy. Da freuen wir uns alle drauf, es wird richtig cool. Aufmerksamkeit. M nhi. Ja. 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 Raal-Den. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018